Kann man das dort drücken? Lass euch mal durchlaufen. Noch was schreiben. Gut. Dann kann ich jetzt eigentlich so machen. Na? Ja. Und du scheißt halt raus. Jetzt, jetzt, jetzt. Zurück wieder weg. Ich kann jetzt kein Foto machen, oder was? Ja. Ich habe es zu tun. Ich habe es zu tun. Vielen Dank.